Von Amsterdam hat am 13. August keiner geträumt, der das Erdmannsdorfer Freibad besuchte. Denn es war wieder Feiern angesagt. Ich weiß nicht, dass nie viel der Familienfest das heute schon war. Auf jeden Fall bin ich immer froh, dabei sein zu dürfen. Familienfest heißt, dass für alle Generationen ein Bundesprogramm angeboten wurde. Unter anderem mit toller Musik, mit tollen Freizeitangeboten. Für die Angebote fand man auch in diesem Jahr Sponsoren. Dann haben wir viele, viele helfende Hände. Unter anderem die Familie Fischer mit der Kinderspielstraße, dann die Maggie, Kinderschminken und, 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 und. Wir fallen jetzt gar nicht alle ein. Unterstützung gab es ebenso vom Wettergott. Ich glaube, bei 24 Grad derzeit. Wasser passt wunderbar. Wir haben heute auch im Parcours gemacht, im Familienparcours. Die Familie, ich glaube, Stern hat gewonnen heute. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber so ungefähr war das, glaube ich. Ja. Und ja, top Sonnenschein. Wer wollte, konnte auch das Tanzbein schwingen. Bei Livemusik oder Musik aus der Konserve. Auch 2023 war nach dem Badfest vor dem Badfest. Wir planen da auch schon etwas mehr mit Livemusik am Vormittag, aber das zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Werden wir das nochmal neu erwähnen. Ich bring' sich gerne ein zu dir und sag' ich danke dir, doch du bist ja so lieb zu mir. Ja. 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 Ja.